so so perfekt türe auf und rein geht ins vergnügen oder ins verderben das werden wir noch rausfinden gut dann ebenso da kam gerade magie bei dem kleinen rausgehen warum ist es denn so schwierig für den zora die dinger zu treffen sehr gut da kommt doch garantiert ein endgegner oder hier wenn die tür schon so böse zugeht ich weiß noch bei irgendeinem zelda war es mal so du bist in dem raum gewesen wo du nicht wusstest was abgeht dann wolltest du gerade wieder rausgehen auf einmal geht die tür zu und der endgegner kommt da ist die tür leider schon zu oh ähm ich fühle mich beobachtet mhm der ist auch nicht so ganz einfach mhm der ist konzentriere ich mich auf den oder? ne 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 du musst den kleinen kaputt machen sonst geh die wieder an den ran so na was soll das denn? komm du bist einer nicht zu ewig so ewig ist da nicht ne schnellere möglichkeit? ich weiß nicht ob die Krabbelmini vielleicht schneller gegangen wäre aber wir haben ja keine also ich würde spontan nein sagen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Nee, sein, dass er nicht wird. So, sorry, wenn ich grad ein bisschen wenig spreche, ich konzentriere mich grad ein bisschen. Sascha hat einfach keine Lust zu reden. Zum Reden, das ist zu spät. Nee, 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 ein bisschen. Feen haben wir ja, oder? Jaja. Kann ich mal trotzdem mal hier... Kann ich nicht einfach auf die Schild einsetzen? Ach nee. Diese Stromattacke kann ich nur im Wasser, gell? Genau. Okay. Alles klar. Muss ich wirklich alle von denen kaputt machen? Nee, du kannst auf das Auge direkt drauf schießen jetzt. Sag das doch. So. Und dort. Autsch. Dieses blöde anvisieren, das ist so komisch gemacht manchmal, finde ich. Du kannst sch DMs. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Das ist so komisch. Gle, du kannst. Auf. Achtung! Achtung! Scheiß! Auge auf! Oh Mann! Mach auf! Mach auf! Achtung! Das ist doch noch durchgegangen! Jetzt! Ich will nicht! Sehr gut! Boah, es geht jetzt ab! Und jetzt alle Blatt machen! Boah, jetzt explodiert aber hier grad ganz schön viel! Raymade macht ja kaum noch mit! Es geht echt hart! Boah! Boah, die zweite Zweifel schon verballert! Eigentlich hab ich dachte die Palme bis zum Endgegner, das wäre gescheiter! Sorry, was soll ich denn machen? Der Endgegner ist echt heavy da! Wenn da 100 Viecher um mich rum springen? Sag halt, wie ich es besser machen kann! Ja, kann es nicht wirklich besser machen! Schießt es ab jetzt! Jetzt hat es zu! Jetzt bringt es nichts! Jetzt hat es zu! Oh Mann! Alter! Kann ich auch als Link auf den drauf schießen? Klar! Mach ich jetzt! Das nervt mich! Äh... Der Auge zählt, das bringt nichts! Oh Gott! Wann kann ich ihn nicht anvisieren? Jetzt kann ich anvisieren auf einmal! Oh Gott! Oh, du musst dich bewegen! Ey! Hilfe! Pfff! 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 Warum?! Oh mein Gott! Ich verreck! Pff! Pff! Oh... Was ist das denn als? Ich kann der auch nie richtig anvisieren! Visieren! Oh! Oh! Diese Steuerung! Boah, das war's Jetzt kannst du nichts mehr machen Der berührt dich da Oh Mann Ist nicht schlimm, musst du das nochmal machen jetzt eben Das machst du jetzt Doch, los, keine Lust mehr Ja, die Steuerung ist scheiße Das liegt doch nicht an der Steuerung Doch Jetzt soll ich den mit drei Herzen besiegen Ja, mach halt Jetzt wird er pampig Na So So Okay, das dürfte reichen Okay Er ist halt ein bisschen blöd Ungenau mit den C-Knöpfen Okay Ich glaube, ich kann jetzt Ich hoffe, der hat den Tempel so gespeichert, wie er ist Ja, hat er glaubt Hat er Ich verstehe es nicht Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß nicht, keine Ahnung Ich habe mit diesem Control-Stick Ich habe es halt kaum geschafft Mal einfach meine Waffe zu benutzen Ja Ging einfach nicht Ist ganz eklig Wir sind ja gleich wieder bei dem Und anvisieren ging auch nie gescheit Das große Auge konnte man gar nicht anvisieren Erst wenn alle kleinen Augen weg waren Boah, was war das? Hast du gesehen? Ja Flitscher, Alter Oh Mann Aber Sascha macht das jetzt Der Pro Hoffentlich Ja, ich weiß nicht Irgendwie sind so Endgegner nicht mein Ding So Bin mal dagegen Dankeschön So Okay Jetzt sind wir ja schon wieder beim Endgegner Ja Okay Wander kurz im Herz nochmal Genau So Dich Gut Dich nämlich auch mal mit So Okay So Guten Morgen Weißt du, was vielleicht eine gute Taktik wäre? Die Geronenmasken Und einfach die ganze Zeit in die reinfahren Ne Du kommst gar nicht Du kommst gar nicht dazu Ähm Den mit Du hast gar nicht so viel Anlauf Sag doch, dass man das so cool mit Enterhaken machen kann Warum sagst du die ganze Zeit nichts? Ich muss es gerade eben selber nicht Ich habe es einfach ausprobiert Ah Enterhaken Zack Und ich pimmel da rum mit diesen Flossen Die da total ungenau Die ganze Zeit durch die Gegend fliegen Die Flossen Ja, dass du als Zora gespielt hast Das hast du ja selber Also da kann ich ja nichts für Ja, musst du Kannst du doch einfach sagen Ich habe es doch nicht gewusst Ich habe es jetzt einfach ausprobiert Ich wollte halt als Link schießen Das sei ja einfach Das glaube ich dann auch Ja, okay, okay Okay, ich mach's So Okay, er hat wieder den Controller Ich habe wieder ein bisschen Siegesmut zurückgetan Und wenn ich ihm jetzt noch einen kleinen Tipp geben dürfte Ja Mach alle kaputt von dem Warum? Wenn der nachher runterfliegt Fallen alle runter gleichzeitig Und dann will ich dich mal sehen Wenn da alle noch leben Verstehst du? Ja, ja Warum nicht gleich so? Ja, ist doch einfach, ja Sag ich ja Wenn man leicht sieht Trotzdem würde ich ein Stück nach hinten laufen Sonst Er will ständig Nach hinten laufen Genau Das ist ja langweilig Kannst du auch auf die alte Art machen Noch mal probieren Aber wir machen es ein bisschen spannend Ich hau ihm jetzt ein paar Pfeile Oder das hier In das Auge Aber ich will dann gleich Nicht gemotze hören, ja? Nein, nein Ich krieg das hin Ich hau alle weg Bist du warten bis die Dinger wechseln, ne? Damit du in den Treffen kannst Mach auf Mach auf Ah, was ist denn das für ein Scheiß? Diese Steuerung Was ist denn? Ja, er packt es einfach weg Ich verstehe es nicht Genau Immer weiter drauf himmern einfach Sehr gut Weg von ihm Ich denke nicht, du hast vielleicht nur Leben abgezogen Schlag doch einfach mit deinem blöden Schwertling Meine Güte Ist doch nicht so schwer Mal wieder ab Mach mal auf Mach auf Und jetzt hast du ein Problem Schlag doch, schlag doch Geht ab Das dauert am nächsten nicht so lang, weißt du Aber du bist gleich schuldig tot Egal, egal Ich schaff das Weißt du was? Den Bogen mach ich jetzt nach rechts Weil nach unten geht einfach nicht Ich schaff's nicht, wenn ich nach unten drück mit dem Bogen zu schießen Siehst du Da verdrückt man sich immer nach unten Okay Ist ganz komisch Nicht mit dem Schert Jetzt Schau mal, er visiert nicht an Das geht mir so auf den Piss Alles wegen Navi, weil die umfähig ist Heißt die nicht anders? Äh, oder Taya Genau, ich würde es gerade sagen Komm Hallo Du kannst es nicht anvisieren Blöde anvisiert Zeug Kannst du nicht, jetzt kannst Wenn es zu ist, kannst du nicht anvisieren Dann geht es auch los Ja, aber dann reicht das hier nicht mal mehr im Blick um alles Ist doch Müll Sei jetzt tot, bitte Danke Hei, hei Blöder, oller, Drecksaugen Ich würde sagen, wir spielen bis 5 wahrscheinlich noch Ach du Scheiße Davon gehe ich jetzt so aus Und wir haben die Eispfeile Boi, Alter So, das wollte ich noch machen Jetzt darfst du nochmal Geil, ein Viertel Leben GG Geil, Geil, Geil Geil, Geil